Was ist das? Was ist das? Wer wartet am Treffpunkt? Ja, sicher. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin da festlich draußen. Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtlingen. Verstanden. Siehe es doch mal so, dass sie könnte sich richtig lieben. Bleib still. Geh genug, vergiss den Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh, mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verbandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaub es nicht. Oh, Scheiße. Tess. Lauf. Lauf! Los! Los, komm! Oh, Scheiße! Bleib von dem Licht weg. Nochmal! Nochmal! Ich geh nicht. Da ist sie vorbei. Nochmal! Warum ist sie denn das? Ich geh nicht. Ich geh nicht. Ich geh nicht. Nochmal! Auf, du gehst nie! Ich geh nicht. Alle. Wir müssen nochmal laufen. Bereit? Ja! 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 Verdammt, wir sind überall. Verdammt, da. Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da uns nicht sehen. Sie wird sich hier leicht dran. Ich darf uns in der Aufbahn einso weiter gehen. Verbunden bleiben, sonst sehen sie dich. Da los, Kleine. Ich habe das Ziel entdeckt. Was ist das? 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 Weiter. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie... Sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor Ort. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt man. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Bis wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. So, wir können das hier nicht. Untertitelung des ZDF, 2020